Bereit für die Monster? Die neuen limitierten Designs von Saftig Ender, T-Melone Warden und das Weltenriss-Hochdruck-Design ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt's das monströse Totem Hydra-All-Over-Print-Design. Limitiert nur jetzt auf shop.caustity.com Leute! Warte mal! Leute! Ich bin 100% unsichtbar! Ha! Spaß! Ich bin Chamäleon! Leute! Willkommen zu Gefängnisausbruch als Chamäleon! Guckt mich mal an hier! Ich hab so Chamäleon-Augen und Izzy! Und ich bin hier drüben, hab mich getarnt! Na, such mich Flo! Wo bin ich? Wo bist du? Wo bin ich? Spaß hier bist! Guck mal, guck mal! Warte, Izzy! Geh du mal runter, ich versteck mich! Okay! Okay, okay, okay! Kann ich hochkommen? Okay, versteck dich! Ja, okay, komm! Ich versteck mich! Guckst du im Geheimgang? Wait, jetzt! Guck mal, jetzt! Jetzt schau ich! Ah, da bist du! Ah! Oh mein Gott! Oh, du hast fast den Fernseher kaputt gemacht! Ja, Leute! Wir können uns heute hier tarnen als Chamäleon! Und das heißt... Warte Leute, komm mal hier rüber! Was? Das heißt, wir können... Guck mal, ich bin schon allein mit meiner normalen grünen Form gut genug getarnt! Das sollt' ich... Okay, mal der Tarn, tu dich mal! Guck mal, guck mal! Das ist... Ja, wieder! Ich bin pink! Das ist jetzt auch richtig gut! Schau mal! Hier! Wir können... Wir können annehmen... Bei welchen Blöcken wir gerade da näher sind! Das ist richtig cool! Lol, man sieht dich halt wirklich nicht! Warte, du warst... Oh mein Gott, aber ich seh' nicht! Guck mal hoch, guck mal hoch, guck mal hoch! Ist so gut versteckt! Warte, 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 warte! Kann ich zu dir kommen? Nein, warte, bleib unten! Komm mal! Wir können es so machen! Wir sind beide die Pflanze! Warte, dann geh ich zu der Pflanze hier! Du kannst bei den anderen bleiben! Äh, ich hab' nicht gesehen, da bewegt sich was! Das war der Wind im Busch! Warum hat der Wärter ein Kleid an? Ah, verdammt! Ein Kleid! Ich sehe nichts, dass ein bisschen... Lauf! Yes! Warte! Warte! So! Ich seh' doch, dass sich da was bewegt! Oh, das ist dein Problem! Äh, 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 okay! Pfff! Ich helf' dir! Ey, auf! Wärter Pursch! Ja, äh, lauf, Flo! Böse, komm, steinkumpen! Ah! Ah, Junge! Komm her, hier! Lauf! Stehenbleiben! Ich sag's, stehenbleiben! Ich hab' dir, ich hab' dir! Komm mit, komm mit, komm mit! Okay, wohin? Äh... Nee, das ist nicht gut! Warte, warte! Stimmt, stimmt! Holz! Oh mein Gott! Stimmt, gute Idee! Warte! Nein, nein, nein! Mach Platz, mach Platz! Nein, 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 nein! So den Ereignis! Okay! Stimmt! Hier ist noch ein leeres, hier ist noch ein leeres! Okay! Hahaha! Hahaha! Er schaut halt wirklich aus, ob's normal ist, warte! Yeah! Oh mein Gott! Er ist safe! Ich glaube, er ist weg, oder? Komm, guck mal, die dritte! Oh! Ich komm zu dir! Na ja, dann kann ich wenigstens... Dann kann ich wenigstens duschen! Nein! Ah! Ah! Bleib stehen! Äh! Ich duschen, bleib stehen, Wasser! Ich zei... Äh, was? Was hat er? Ah! Wasser langsetzt! Hahaha! Stimmt! Das Duschwasser! Das kennt der Werther natürlich, dass sein Wasser wegkriegt! Ich will ihn auch nicht erwaschen! Herr Werther, sie stinkt zu sehr! Hör, ihr ist abgehauen! Du bleibst jetzt stehen! Herr Werther! Ich will sie nicht duschen! Ich bin... Nein, du bleibst jetzt stehen! Okay, und jetzt? Tschüss! Ah! Ich seh dich immer noch! Ah! Jetzt bleib! Okay, ich erschieße dich jetzt aber gleich gleich! Hahaha! Drei! Zwei! Okay, was ist denn? Ich bin Chameleon! Du kommst jetzt mit, los! Okay, ich komm mit! Los! Voran! Geh! Ja! Pfff! Hahaha! Tötungsbefehl! Tja, hm! Hahaha! Hier ist ein ziemlich kackbraunes Ding zwischen einem hellbraunen Ding! Also! Na! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, gleich, gleich! Ey, aus! Langsam reicht es mir! Aaaah! Haltet doch einfach an! Ich will doch nur meinen Job tun! Hört sehr auf den Job zu machen, ihr Werter! Kündigen Sie! Warte, wir sind... Oh mein Gott, fluchkommen in den Wald! Es ist nicht zu spät, um zu kündigen! Wer ist denn Busch? Wer ist denn Busch? Stimmt! Oh, das war jetzt! Ja, stimmt! Wissen was? Ich kündige... Ihr von Scherz nie! Kündigen Sie! Es ist besser so! Oh stimmt, Busch ist noch besser? Nein, guck mal! Ich kündige jetzt! Er kündige jetzt! Okay, lass mal zurück! Warte mal! Die sind seitlich! Oh nein! Nein! Er ist zurück! Was macht er? Ich hab Großfurchte hier! Ich hab die zwei gedroppt! Alter, gehen sie doch wieder weg! Niemand will sie hier! Niemand will sie hier! Erzähl es weiter! Oh! Ich hab ne Keycard! Nice! Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's! Wo wollen wir hin? Die Welt ist ganz still! Ist das vielleicht wieder auf dem Wehrraum? Hat nicht getan! Find mich! Find du mich! Warte, wo bist du? Ich such dich! Irgendwo? Siehst du mich nicht? Nee! Wo bist du? Okay! Belastierungsgranaten! Brücke, Brücke! Unterbrücke! Nein! Du bist Wasser! Setz das spezielle Suchkleid ein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Das spezielle Suchkleid! Ah! Ah! Warte! Warte, wo bist du hin? Weg! Irgendwo hin! Keine Ahnung! Wo steckt dich? Oh mein Gott! Wait, wait, wait! So! Zeit, das hinzugeben! Okay! Es ist hier! Geil im Bereich! Geil im Bereich! Ich bin beim gleichen Bereich! Ein Klass! Warte, was für Hunde? 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 Nanopods! Nanopods! Nanopods? Ja! Nanodogs! Ender? Hydra? Leute! Oh mein Gott! Warte, 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 warte! Nein! Es muss nicht so enden! Nein! 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 Okay! Leute! Ja! Alles hätte gelöst werden können, wenn der Werte auf shop.coft.com gegangen wäre! Ja! Wir hätten doch friedlich lösen können! Aber ja! Er wollte nicht! Servus! Hol dir saftige neue Weltneres Monster Design mit allen saftigen Monstern aus den Horrorfolgen mit Easy, die sogar drauf ist! Ich bin kein Monster! Mit Totem Hydra, ein saftiges All-Over-Print, was man hier schaut, was man hier sieht. Absolut sick! Und Team Million Awarden und hier das saftig Ender Design. Easy übrigens wahrscheinlich. Meine Augen sind rosa, wie das ist die Leid? Warte, 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 genau! Geh mal davor! Bis auf dein Gesicht sieht man eigentlich nichts. Egal. 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 Mir reicht das. Wo leben Kamelien, sei ich? In so... Im warmen Gebiet? Ich hab mal gesehen, es hat an einem Baum gelebt. Ernsthaft? Ja. Das war wirklich getan. Okay. Guck mal. Ups! Warte, guck mal, wir könnens... Geht sie rauf? So, du kommst... Flo, beeil dich! Ah! Komm zurück! Heil dich! Hä, warum soll ich zurückkommen in die Werte? Haben sie das überhaupt schonmal selber durchgedacht? Verlegen sie doch mal. Ja! Ja! Nichts zu sehen, nur ein Baum der Schnitzel ist. Ja... Ich... Oh warte, du bist das Holz! Ich bin Holz! Ja! Nein! Du bist der Hass! Ich bin der Bursch! Guck mal, das sieht voll real aus! Oh mein Gott, ich bin unsichtbar! Ja... Funden! Nein! Nein! Wie? Hey, warte, ich bin der Bursch! Ich flüchte jetzt, weil sie mich nicht gießen! Tschüss! Ja, 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 ja! Schön, dass ich meine Teleportationsmedizion gefunden habe! Warte, was? Warte, ich hab noch eine Choresfrucht! Nein! Nein, nicht weg! Ja, mehr! Oh! Ich bin getarnt! Nein! Was zum... Was? Wie? Hört sich auf! Oh! Pfff! Was? Was für... Ey, jetzt wieder schießt! Oh mein Gott! Ja! Ihr bleibt jetzt bei mir! So! Ihr seid... Ihr seid ziemlich dämlich! Da ihr beide... Was? Wie viel Schuss haben sie? Oh mein Gott! Genügend! Hört jetzt auf, du Zicker! Wenn ich einen von euch treffe, wird der andere mit- Teleportiert bei dieselbe Artzeit! Was? Lass ihn einfach killen! Nein! Abstand! Abstand! Aus! Stopp! Yes! Oh mein Gott! Nice! Okay, warte! Enderpeller! Ja! Durch, 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 durch! Hier sind Katzen! Oh! Mietze-Kätzchen! Ich kann mich ja jetzt nicht sagen! Ich weiß es immer nur nicht, in welchem... In welcher Hitzebeständigkeit leben die Chameleons? Leben die im Dschungel? Im, äh... Ich weiß es gar nicht! Kann mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst! Oh, warte! Ich muss mich tarnen! So! Guck mal, ich bin jetzt Teil von dem hier! Wo bist du? Ich hab mich getarnt! Wait! Ich seh dich wirklich nicht! Bist du in meiner Nähe oder bist du weit weg? Ich hab mich als Katze getarnt! Wo bist du? Was? Oh mein Gott! Ja, ja! Nimm die Enderpelle! Enderpelle? Ich wollt grad sagen, wo ich bin! Guck mal! Ich bin Teil von diesem Ding hier! Auch gut! Ich hab sogar meinen Fluch gewandelt! So, pass auf! Ich hör den Heli! Oh nein! Heils nicht! Warte doch! Ah, ich glaub, hier sind wir am besten mit, äh, äh... Busch getarnt! Hey Leute! Kein Spaß vorm Wandler zu sein! Oh mein Gott! Vorm Wandler wär mal noch geiler aus dem Chameleon! Wir könnten uns dann zum Wärter vielleicht verwandeln! Leute, wenn ihr das sehen wollt, lasst mal einen Daumen hoch da! Dann mach ich das vielleicht demnächst! Oh! Ich seh da einfach so einen kleinen Busch rumhüpfen! Ich seh dich nicht! Hier! Okay! Der Heli müsste eigentlich richtig Probleme damit uns haben, oder? Guck mal! Warte! Hier! Stopp! Nein! Ich seh der Heli! Okay, wir machen jetzt das ganze Manöver! Ja! Stimmt! Yeah! Voll gut! Wir fahren auf Wasser und wir sind Wasser! Ich fahr nur jetzt absichtlich weiter nach rechts, weil der Heli war da gerade hinten! Okay! Ja, ich seh's! Nein! Der Ziel suche! Äh, wir haben ja Erkennung! Wir haben ja Erkennung! Ein selbstfahrender Jetty! Stimmt! Schnell! Feilung! Go! Yeah! Oh mein Gott! Ja, Leute! Wenn euch die Folge gefallen hat hier! Als, äh, Chameleon! Oh, jetzt bin ich wieder normal! Lasst mir gebt! Daumen hoch da! Shop.cafsi.com hier! Bis zum nächsten Mal! Abonniert mich! Abonniert Easy! Abonniert Topps! Ja! Abonniert auch mich! Habe ich glaube ich hier schon gesagt! Bereit für die Monster? Die neuen limitierten Designs von Saftig Ender? Team Melone Warden? Und das Weltenriss Hochdruck Design ist ab sofort im Shop erhältlich! Außerdem gibt's das monströse Totem Hydra All Over Print Design! Limitiert nur jetzt auf shop.cafsi.com!